hallo und willkommen zu unserem kleinen Ankündigungs Video für unseren Livestream den wir morgen planen ich stehe ich hier mit dem Farke 1 9 9 8 8 3 im Fabi und wir uns gedacht wir organisieren mal ein Livestream für morgen 16 Uhr genau Twitch genau es ist dann der Samstag der wievielte? heute ist der 14. das heißt der 15. also Samstag der 15. um 16 Uhr auf www.twitch.tv slash pratze86 meinen Kanal verlinke ich euch dann vielleicht ich bin mir noch nicht sicher ob ich stream werde ich werde es versuchen wenn es nicht klappt wegen meiner Internetverbindung dann lasse ich es dann nehme ich ihn auf und stelle es auf YouTube also wir hoffen mal dass wir es hinkriegen dass der Fabi auch streamt dann könnt ihr nämlich von zwei verschiedenen Perspektiven praktisch den Stream beobachten wenn es halt nicht geht dann klappt es halt nicht aber das probieren wir morgen einfach aus genau und ähm ja sag mal was dazu was wir geplant haben ja wir haben ein paar coole Sachen vor und eins der Sachen die wir eigentlich hauptsächlich machen wollen ist wir haben jetzt hier auf Whitehead Island mal ein kleines Gelände für eine Drückjagd aufgebaut hier sieht man schon zwei Tripods und Baumsitze und da haben wir uns überlegt dass wir eine kleine Drückjagd veranstalten und ja mal schauen ob das funktionieren wird und sonst haben wir uns noch nichts sicher festgelegt wir werden wohl noch ein bisschen was mit vielleicht unseren Abonnenten oder so machen wir haben es noch nicht festgelegt wir lasst euch einfach überraschen genau das wird eigentlich so eine relativ spontane Sache ähm es wird eventuell die Möglichkeit geben mit uns zusammen zu spielen aber wie das genau abläuft haben wir noch nicht so im Detail besprochen ähm und das kann man natürlich auch nicht so hundertprozentig äh versprechen aber wie gesagt wir wollen einfach mal probieren ob sowas wie eine Drückjagd überhaupt möglich ist genau da bin ich schon mal echt ziemlich gespannt drauf ähm und ja ja wir haben auch soviel zur Ankündigung ja genau ok gut dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag um 16 Uhr alles klar bis dann tschüss tschau